Ö1 Podcast Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine kompakte Geschichte Österreichs. Mit Ernst Bruckmüller und Wolfgang Ritschel. Heute Uhr und Frühzeit. Die zentralen Innovationen. Die ältesten menschlichen Spuren auf dem Gebiet des heutigen Österreichs wurden in der Repolusthöhle bei Pegau in der Steiermark gefunden. Sie stammen von Neandertalern, die hier vor etwa 250.000 Jahren gewohnt und gejagt haben. Aus der Wachau stammt dann der wohl berühmteste Fund, die Venus von Willendorf, von ungefähr 25.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Knapp 8.000 Jahre älter ist noch die Venus von Galgenberg bei Stratzing im niederösterreichischen Kremstal. Sie hat allerdings den Nachteil, zerbrochen zu sein. Jetzt ist die Bedeutung dieser Figuren bis heute ungewiss. Können Sie Herr Bruckmüller als Historiker schon etwas sagen über die Menschen, die damals hier gelebt haben? Oder muss man da noch ein paar tausend Jahre zuwarten, bis man gesicherte Aussagen treffen kann? Also wir Historiker, die so wie ich Geschichte studiert haben, können eigentlich gar nichts sagen. Das können die Urgeschichtsforscher, die Prähistoriker. Und das sind eigentlich Naturwissenschaftler. Also hier muss man mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeiten, um diese Funde interpretieren zu können. Man braucht Kenntnisse in der Metallurgie, in der Steinbearbeitung, in der Geologie, in der Geografie und so weiter. Also man muss sehr viele Naturwissenschaften beherrschen, um diese Geschichte überhaupt erforschen zu können. Wir Normalhistoriker beginnen immer erst dann, wenn es schriftlich wird oder irgendwo wenigstens Monumente dastehen. Was man über diese Menschen sagen kann, ist sehr bescheiden. Wir wissen nicht, welche Bedeutung zum Beispiel die Venus von Willendorf hat. Davon haben wir keine Ahnung. Wir nehmen an, dass die Menschen, die dieses Ding geschaffen haben, in einer Eiszeit gelebt haben. Das heißt, eine unwirtliche Zeit. Es gab etwas zu jagen, aber es gab keine Möglichkeit für Ackerbau beispielsweise. Oder für Gemüseanbau oder andere Dinge. Oder von Obst gar nicht zu reden. Also das waren auch eiszeitliche Verhältnisse. Und das waren Verhältnisse, die den heutigen ganz unähnlich sind. Aber die Menschen, die da gelebt haben, sind mit uns verwandt. Es sind bereits Mitglieder der Gattung Homo Sapiens. Also keine Neandertaler, falls es da auch gewisse Verbindungslinien gibt. Sondern sie sind unsere direkten Vorfahren. Ackerbau, Viehzucht, Töpferei, Spinnen und Weben. Das waren im 6. Jahrtausend vor Christus schon verbreitete Techniken. Im 4. Jahrtausend wurde dann das Kupfer bekannt und auch abgebaut. Am Ende des 3. Jahrtausends und zu Beginn des 2. vorchristlichen Jahrtausends kam es zu einer systematischen Metallverarbeitung. Auf dem Salzburger Mitterberg oder auf der Kelchalpe bei Kitzbühel. War der Bergbau eine zentrale Innovation für die Entstehung von neuen Formen des Zusammenlebens? Das ist ziemlich sicher. Denn der Bergbau auf Kupfer, aber auch später der Bergbau auf Salz, erfordert die koordinierte Arbeitsleistung von vielen Menschen. Da leben hunderte Menschen auf dem Berg. Mit Angehörigen vielleicht sogar tausende. Die müssen versorgt werden. Die können sich am Berg ja nicht selber ernähren. Manchmal gibt es vielleicht so etwas wie Almwirtschaft in der Nähe der Bergbaugebiete. Aber da muss es Zulieferung geben. Und das muss das Produkt, das dort gewonnen wird, ja woanders hingebracht werden. Man kann ja vom Kupfer oder vom Salz nicht leben. Man kann es nicht verzehren. Und da müssen auch Handelsverbindungen entstehen mit Gebieten, wo diese Güter abgenommen werden. Und das bedeutet soziale Differenzierung. In den Gräbern, die wir dann da finden, zeigt sich auch eine Differenzierung je nach Ausstattung der Gräber. Es gibt sehr nobel ausgestattete Gräber, kann man interpretieren, als Fürstengräber, Adelsgräber. Manche sind eindeutig Kriegergräber, wenn die Waffen dominieren. Oder es könnten auch Händler sein, wohlhabende Leute, die sich da auch sozusagen noch eine Nachwelt im Grab schaffen. Wir wissen natürlich gar nichts über die Vorstellungen dieser Menschen, über das Nachleben. Also warum man ihnen die Waffen und ähnliche Beigaben beigegeben hat. Das wissen wir auch nicht wirklich. Wir haben keine Ahnung über die Vorstellungen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder Ähnliches. Was es allenfalls gab, waren vielleicht Vorstellungen von der Angst der Wiederkehr der Toten. Das könnte eine gewisse Rolle gespielt haben, dass man sie vielleicht einigermaßen besänftigen mochte mit diesen Beigaben. Das ist möglich, aber wir wissen es nicht wirklich genau. Also soziale Differenzierung und Bergbau hängen sehr, sehr eng zusammen. Wir haben es ja so erstmals oder vielleicht nicht ganz erstmals, aber doch mit geschichteten Gesellschaften zu tun. Nach dem Ort des Salzabbaus hat man dann eine Kultur Hallstattkultur benannt. Man weiß, dass die aufgrund von keltischen Wanderungsbewegungen 500 vor Christus durch die Lateinkultur ersetzt wurde. Was hat das für die Bevölkerung bedeutet? Wurden die, die da waren, umgebracht und durch Neuansiedler ersetzt oder blieb alles beim Alten und es gab nur einen Wechsel bei den tonangebenden Führungsgruppen? Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt, das ist eben das Interessante in dieser jetzt sogenannten keltischen Gesellschaft, es gibt eine gewisse Organisation, die man schon wenigstens in der Spätzeit vor einem zweiten und ersten vorchristlichen Jahrhundert erkennen kann. Also eine Gliederung in kleine Völkerschaften, Stämme oder wie immer man das benennt. Und alle diese kleinen Völkerschaften wurden von den Römern eben zusammenfassend galli oder keltig oder so irgendwie benannt. Und diese Kelten wandern ja sehr weit herum. Die gehen ja aus Galater bis Kleinasien, gibt ja die Briefe des heiligen Apostels Paulus an die Galater, und auf der anderen Seite bis Spanien. Also eine durchaus aktivistische Population, die sich über große Teile Europas verbreitet und die auch den Römern nicht in Italien seit, weil er sehr, sehr lästig war. Und Oberitalien ist die Gallia Cisalpina, also dort auch ein Bereich, in dem man keltische Dialekte gesprochen hat. Allerdings muss man immer eins bedenken, die Kelten sind eine Fremdbezeichnung, die Gallier. Das sagen die Römer oder irgendwer anderer, der die von außen kennt. Intern ist der Mensch ein Noriker oder ein, ich weiß es jetzt nicht, ein Helveter oder sonst irgendein Gallier, aber er bezeichnet sich nicht als Gallier. Die Fremdsicht ist eine andere, kumulative, da werden große Gruppen zusammengefasst unter einer einzigen Benennung. Die Selbstsicht ist eine kleinräumige. Der einzelne Mensch ist Mitglied eines Stammes. Noch genauer, nur der Krieger ist das wirkliche Stammesmitglied. Die Sklaven, Unfreien und Kinder zählen noch nicht dazu. Die Frauen können ich wie zum Mann bedauerlich zu sagen, aber es ist so. Also wir haben da eine große Differenz zwischen dem, was wir uns vorstellen, Kelten, riesiges Volk über riesige Gebiete und vielleicht auch eine politische Einheit. Nein, niemals eine politische Einheit, sondern relativ kleine Einheiten, von denen einige dann schon auch wieder übergeordnete Formen entwickeln, wie zum Beispiel das Regnum Norikum. Wir haben jetzt schon einen sehr großen Sprung, einen zeitlichen Sprung gemacht von 25.000 Jahren vor Christus von der Venus von Willendorf, diesem Fund, bis hin jetzt schon ungefähr an den Beginn unserer Zeitrechnung. Wir sind aber immer noch auf Vermutungen angewiesen. Auf dem Gebiet von Kärnten gab es Stämme, deren Verfassung vermutlich aristokratisch war. Da wird von inneren Spannungen berichtet, eventuell infolge eines raschen Bevölkerungswachstums. Welche Quellen, Herr Bruckmüller, sind denn da für Historiker schon greifbar? Naja, da haben wir schon schriftliche Quellen. Gerade die Veränderungen, die Sie ansprechen, das ist um 190 vor Christus, 180 vor Christus, das ist das Ausgreifen einiger Gruppen aus den Alpen heraus. Das sind keltische Gruppierungen, die man mit den Taurisken oder mit den Norikern in Verbindung bringt. Die wollen expandieren und sie sagen, wir haben zu Hause zu wenig Platz. Wir suchen Ackerland. Das ist schon interessant. Also sie suchen nicht Beute, sondern Ackerland und stoßen dabei eben im heutigen Oberitalien auf die Römer. Und die Römer sagen, nichts da, ihr geht es wieder schön brav zurück, sonst kommen die Legionen. Wobei die Römer all along versuchen, hier ein friedliches Einvernehmen herzustellen. Sie haben von einer aristokratischen Verfassung gesprochen. Einige Jahrzehnte später gibt es aber dort einen König. Das heißt, es gab wahrscheinlich auch eine Art innere Umgestaltung. Ob das jetzt eine Revolution war oder die Weiterentwicklung von einer Aristokratie zu einem Heerkönigtum vielleicht. Heerkönige sind dann die, die im Krieg erfolgreich sind und dann auch zu Hause irgendwie das Sagen haben. Das weiß man nicht genau. Aber in der Tat berichtet vor allem Livius. Sie haben gefragt, auf wen wir uns da berufen können. Vor allem Livius berichtet über diese Dinge einigermaßen genau. Allerdings, diese Stämme haben den Livius auch nicht interessiert. Er war Römer. Und für ihn kommen die nur in den Blick, wenn sie mit den Römern irgendwie zusammenstoßen und die römischen Interessen tangieren. Wenn die wieder hinter den Bergen sitzen, dort in Kärnten oder in der Steiermark, dann sind sie ihm wieder egal, wenn sie sonst nichts anstellen. Also es ist eine schwierige Geschichte. Spätere Quellen haben wir immer wieder. Sehr interessant sind zum Beispiel die Weiherinschriften auf dem Magdalensberg. Die sind schon aus der Kaiserzeit. Und da haben wir dann neben den Norikern auch andere Stämme genannt, die sich da irgendwie beteiligt haben an irgendwelchen Weihgaben an die Götter oder an die Kaiser. Und das ist natürlich wichtig, weil dadurch weiß man, wer da wo gelebt hat oder wie sich die selber genannt haben. Und das ist ganz witzig, wenn man einen Stammesnamen hernimmt wie die Ambitravi. Dann nimmt man an, das sind die Leute, die an der Trau gelebt haben. Also in einem Teil Kärntens. Die Noriker haben weißlich um Norea gelebt. Und man nimmt an, Norea war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Stadt auf dem Magdalensberg. Oder die Ambisontes könnten im Pinzgau gelebt haben. Oder die Laianzi, da lebt ja noch der Name in Lienz fort, im heutigen Osttirol. Also da sieht man, das sind relativ kleine Stammesgruppierungen. Unter den Römern wurden diese Stammesgruppierungen mit irgendeinem zentralen Ort dann in der Regel zu Stadtgebieten umgewandelt. Sodass man die ältere Struktur dann noch in der Städtestruktur des Römischen Reiches erkennen kann. Natürlich am besten in Galien, aber ein bisschen auch bei uns. Das heißt, dieses norische Königreich, das hat sich im Süden und Westen des heutigen Österreich herausgebildet. Was man weiß ist, dass der Druck großer Reiche Zusammenschlüsse begünstigt. Vor allem an den Grenzen dieser Reiche. Und das norische Königreich lag ja an der Grenze zum Römischen Reich und es verfügte über begehrtes Eisen. Wie hat sich dieser Druck denn geäußert? Einerseits militärisch. Also es gibt auch immer wieder teils Bündnisse, teils auch Auseinandersetzungen mit diesen Gebirgsstämmen. Teilweise stehen sie auf der Seite der Römer, teilweise auf einer anderen Seite. Wie wir uns die Genese des norischen Königreiches vorstellen können, das ist alles sehr wenig erkennbar. Denn wir haben in diesem Königreich eben diese Gruppe von Stämmen, von denen ich einige schon genannt habe. Wie diese Stämme dann zu dem Rex, dem Oberhäuptling der Noriker, stehen, in welchem Unterordnungsverhältnis, ist eigentlich nicht bekannt. Wir haben auch kaum Namen von Königen. Ein bisschen früher, aber gerade um die Zeit im ersten Jahrhundert vor Christus eigentlich nicht mehr. Das heißt, wie das genau ausgesehen hat, wissen wir nicht. Am ehesten kann man sich das als Gefolgschaftsverhältnisse vorstellen. Gefolgschaft ist immer etwas Ehrenhaftes, wenn ein wehrhafter Mensch und seine Gruppe einem anderen, noch edleren, dienen. Das haben wir auch in den diversen Heldensagen noch des Mittelalters erhalten, diese Haltung. Und so in etwa kann man sich die Abstufung vorstellen. Ganz sicher kein modernes Staatswesen mit Bundesländern, Landeshauptleuten oder Ähnliches. Ganz sicher nicht. Das Innenleben dieser kleinen Stämme wurde sicher durch das Königreich, durch das Regno Noricum in keiner Weise berührt. Das war die erste Folge einer kompakten Geschichte Österreichs mit dem Historiker Ernst Bruckmüller. Die Fragen stellte Wolfgang Ritschel. Bücher von Ernst Bruckmüller finden Sie unter oe1.orf.at schrägstrich Archiv schrägstrich Geschichte Österreichs. Eben dort kann man auch alle Folgen dieses Podcasts dauerhaft nachhören.